Ist es möglich, jemanden dazu zu bringen, Islam zu praktizieren, Islam zu tun? Nein. Also wie kann man sagen, Islam wurde durch das Schwert verbreitet? Das ist unmöglich. Das bedeutet, jemanden erzählt nicht die Wahrheit. Also muss man zurück in die Geschichte gehen, aus dem Blickwinkel der anderen Seite. Frag denjenigen, der Muslim geworden ist, warum er Muslim geworden ist. Warum? Warum? Also wenn ich den Mann neben mir frage, warum bist du Muslim geworden? Er wird sagen, ich habe gesucht. Ich habe diese Religion und jene Religion betrachtet. Nichts hat mich zufriedengestellt. Aber dann hat mir jemand gesagt, sei vorsichtig, halte dich fern vom Islam. Das sind Mörder, die wollen uns töten. Die wollen uns zerstören. Bleib fern von denen. So, this man tells me, so I decided I'm going to look into this and find out about why these guys want to do that. Und dann hat dieser Mann gesagt, ja, dann möchte ich mal da reingucken, möchte mal sehen, warum die Menschen, warum diese Leute das machen. Aber als ich angefangen habe, das zu lesen, habe ich gesagt, hey, Moment mal, das ist ja das, was ich glaube. Und was immer du machst, lest dieses Buch nicht. So, I read the book. What? So, I read the book. So, habe ich das Buch gelesen. I liked it. Ich habe es gemacht. Und ich bin Muslim geworden. Alhamdulillah. So, this is his story. This is his story. But now, but now we say no, no, that's not right. Aber jetzt haben wir, nein, nein, das ist nicht die Wahrheit. What does he know? Was weiß er schon? He doesn't know. Er kennt sich aus, er weiß nicht. He's too many shots to the head. Der hat zu viel um den Kopf bekommen. Huh? And if somebody, somebody like a famous singer, One of the most famous, like Elton John. Elton John and this person were the two most famous of the singers at the beginning of 1970. Einer der bekanntesten Sänger, wie Elton John. Elton John und diese Personen waren in den 70er Jahren die mit zu den berühmtesten Sängern. And when this person went to Islam, Elton John said, I'm glad, because it's the only competition I had. Ich bin glücklich, denn er ist die einzige Konkurrenz, die ich hatte. Und diese Person erzählte, warum er ein Muslim geworden ist. Er hat nie einen Muslim getroffen. Er hat den Koran gelesen und hat gesagt, Das ist das, was ich glaube. Sein Name war Cat Stevens. Jetzt ist sein Name Yusuf Islam. As long as he was Cat Stevens playing, the guitar, singing the music, Ah, he's number one, he's a good guy. Solange er Cat Stevens war und die Gitarre spielt, er war number one, ein guter Junge, die Nummer eins. You listen to the music, drink the beer, have a good time. Du hörst die Musik, trinkst ein Bier und hast eine schöne Zeit. Aber sobald er Muslim wurde, haben sie gesagt, vielleicht hat er zu viel Drogen genommen. Another one is a prize fighter, famous prize fighter of the 1960s, Cassius Clay. Ein berühmter Kämpfer aus den 60er Jahren. Number one, he's good, watch him fight, drink the beer. But then he became a Muslim. Dann wird er Muslim. He said wine. He realises the truth, he likes this message to be insufficient to God. He likes that. Er sagt, warum? Weil er diese Botschaft mag. Weil er mag, unterworfen zu sein zu Allah. No, 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 it can't be. Es kann nicht sein. Too many boxing gloves to the head. Er hat zu viele Schläge bekommen. Jedes Mal, wenn jemand zum Islam kommt, sie haben sofort etwas zu sagen und die geben niemals zu, dass die Person vielleicht recht haben könnte. Eines der größten Probleme, was sie haben, war direkt nach dem 11. September. Denn nach dem 11. September trat die größte Anzahl von Menschen in den ersten drei Monaten in Islam ein, die es jemals gab. Und einer von den Menschen, dessen eigenen Verwandten getötet wurden bei diesen Anschlägen. Aber die verwundernswerte Geschichte dabei, verwundernswerte Geschichte für mich, war derjenige, der am selben Tag den Islam angenommen hat. Und sie fragten ihn, warum willst du heute die Schahada nicht machen? Warum willst du heute die Schahada nicht machen? Er hat gesagt, so viele Menschen sind auf einem Schlaf gestorben und ich weiß nicht, wie lange ich leben werde. Und ich habe den Islam studiert, aber ich hatte Angst davor, was andere Menschen vielleicht über mich sagen werden. Und ich habe realisiert, dass ich sterben werde und meinen Herrn treffen werde. Und jetzt interessiert mich nicht mehr, was andere Menschen sagen. Und wo war dieser Mann? Und wo hat er die Schahada ab? Er hat die Schahada um sechs Uhr gemacht. Und er machte es in der Moschee, die am nächsten zu dem World Trade Center lag, Plain Street. Muss man sich mal vorstellen. Jetzt. Eine andere große Lüge. Islam unterdrückt Frauen. Wenn das wahr ist, warum nehmen so viele Frauen Islam an? Mehr Frauen nehmen die Islam an als Männer. Und in Norwegen, Schweden, Dänemark, Holland kommen auf jeden Mann zehn Frauen. Und wer sagt das? Nicht ich. Ich saß in einem Museum und habe mir die Rede von einem der Professoren angehört. Er ist ein Atheist. Er sagte, dass die Frauen zehnmal mehr zum Islam kommen in Holland als die Männer. So he went to write a paper about it. Also wollte der etwas darüber schreiben. He went to these countries. He interviewed these women in their languages. Er ging zu diesen, zu diesen Ländern introduced? He went to interview them. Also interview, okay. Er ist zu diesen Ländern